Jo was geht lobe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Scribbler IO und ja würde ich mal sagen let's go übrigens an ich mache jetzt dieses Video doch mit Headset auf also nicht wie das Minus Video mache ich beides übrigens in einer Nacht Jo Also ich würde was sagen legen wir los Erstmal Web und Weg machen Ähm Ich bin verstört Ich komme rein und sehe das Ich gebe Ein Arm Nur mal so Naja Wenigstens einer der das richtig macht Weil es andere das war definitiv der Grand Canyon Okay Also Dieser Name macht mir schon Angst Oh mein Gott was kommt jetzt Was kommt jetzt Ich kriege jetzt schon Angst Ah okay Äh Das ist Das da Das da Ich weiß nicht wie das auf Englisch heißt Das ist ein englischer Chat Äh Äh Okay erstens Äh Ich hab's und Okay 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 Das ist zerstörend Trolle 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 Ja warte mal Äh 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 Nö Ich wollte Nur kurz die Webseite wechseln Ne also nicht die Webseite wechseln Ne also nicht die Webseite wechseln Ganz genau So muss es sein So muss es aussehen Richtig cool So kommen wir jetzt rein So Weiter geht's Was grad war Ganz einfach Der Scheiß Werbung Ich hasse Werbung Nur mal so Ich hasse es Puh 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 Das sieht komisch aus Puh 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 Was ist das? Komm erst nachher. Aber trotzdem, Leute, lasst mir ein Like da. Ihm und Dislike mir ein Like. Was ist das? Oh, okay, das ist einfach. Ich hab vergessen wieder. Wie der Among Us Typ aussieht. Was ist das? Was ist das? Ich bin willkommen. Was ist das? 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 Das ist das? Es war Christiane Ronaldo. Ja, moin. Das. So, ganz im Ernst? Da hätte ich Wendern geschrieben, CR7. Aber die Rache kommt schon. Beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, scheißegal was kommt, scheißegal. Ich schreibe hin, Angad. Das legendäre Angad. Einfach nur, ja. Okay. Ich schreibe hin. Ein stein. Der eine ist so, eine ist Sift. LOL. Ich schreibe trotzdem hin, Angad, wenn ich dran bin. Das ist einfach. Eine Katze. Das werde ich alle erraten. Mein Gott, was ist von jetzt? Oh, ich freue mich schon wieder. Ich bin nämlich ich dran. Da kommt Angad. Kirsche. Ich habe dir das Kirschen geschrieben, aber das war Kirsche. Oh, jetzt komme ich dran. Was nehmen wir denn? Ach komm. Jetzt noch meine Zahlen. Ich bin jetzt. Ich will doch kurz ein anderer bezeichnen 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 Scheiße, das ist kein Pinsel Oh, ein Speer Der eine so werfen Ich sehe mal die Buchstaben Da steht nicht werfen Okay Okay Oh, kein See Es war tot So, jetzt bin ich dran So, jetzt kommen wir dem Gestatten Und alle warten so Und wir auf Zelten und so Doch dann steht der Wechsel So, jetzt bin ich dran 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 N. Was ist das? Ein runterfallendes N. Wäcksel war besser. Okay, es ist blau. Ein Wal. Es ist ein Wal. Es ist ein Wal. Er Winkler. Nein. Das ist ein Uga. Das ist ein Wal. Das ist ein Wal. Das ist ein Wal. Das ist ein Wal. Und das ist ein Wal. Das ist ein Wal. Vielen Dank. Was ist das? Was ist das? Türkei? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Okay. 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 Was? Oh, scheiße. Ja, es ist ein Telefonbuch. 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 Was ist das? 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 Alter ist das… Nein, oder? Never. Es ist… Es ist Homer Simpson. Alter, wie zeichnet der bitte schon Homer Simpson, bitteschön? Ich kann mir das nicht erzählen, alter. Wie zeichnet der den, bitteschön? Wie zeichnet der den, bitteschön? Das macht man nicht. Wie zeichnet... Komm, wenn ich jetzt dran sein sollte. Schade bin ich nicht. Ich hätte es gezeichnet. Scheiß klar, was kommt. Ich hätte es gezeichnet. Einfach nur, so zeichnet man den nicht. Das ist innerer Schmerz. Das ist innerer Schmerz. Ich kann ihn zwar auch nicht perfekt zeichnen, aber das gerade eben ging gar nicht. Das ging gar nicht. Das ist so... Kippen. Okay. Aufhol. Erstmal gucken, wenn ich dran bin, was bei mir dran steht. Obwohl ich glaube, ich bin gar nicht als nächstes dran. Keine Ahnung, wer als nächstes dran ist. Komm. Äh... Was nehme ich? Doch, genau. Ich nehme jetzt nochmal den Homer Simpson. Da kam es doch schon, aber ich muss es einfach machen. Ich bin zwar nicht unbedingt besser, sieht man. Aber trotzdem, wie der den gezeichnet hat, das ging gar nicht. Oh, 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 oh. Und ich zieh es einfach rein, was es ist. Sorry, aber ganz ernst, ich habe mir jetzt schon ein bisschen mehr Müll gegeben. Na, nicht perfekt, aber, weißt du, bei dem einen, ich, nachdem der eine ist, den ich gezeigt habe, habe ich gesagt, ich mache das ein bisschen besser, das ist, hm, das war zwar nicht die Frage, aber scheißegal. Ich mag nämlich sowas überhaupt nicht, weil das ist so, das ist wirklich so einfach, was, hm, okay, Typ. Okay. 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 Es ist kein Regensturm, nein, es ist ein Sonnenschirm. Nein, es ist ein Pilz. Es ist kein Fliegenpilz. Ähm, keine Ahnung. Nein, es ist kein Fliegenpilz. Nein, es ist kein Fliegenpilz. Es ist kein Fliegenpilz. Nein, es ist kein Fliegenpilz. Ähm, wie sah denn sein Arm nochmal irgendwie aus? Keine Ahnung. Das ist kein Fliegenpilz. 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 Das ist übrigens meine letzte Runde. Ich muss ja auch mal ausmachen. Bet Ikea Bet Gnast, Bruder. Scheiße. Ketchup ist ein Zirkus. Hätte doch den Zirkus Krone zeichnen sollen. Oder Knie. 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 Nö. Jetzt denkst du aus der Glocke. Nö. Häh. Ok. Nö. Okay. SCP-9999 oder welches es war. Schock. Warte. Habe ich nicht... Ach du Scheiße. Okay. Ich muss hiermit jetzt das Video einfach beenden, das wird mir sonst wirklich viel zu lang. Also das war's wieder mit dem Video, bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.